Krypto wird sicherer. Kriminalität um 20 Prozent gesunken. Die kriminellen Aktivitäten im Kryptosektor sind im ersten Halbjahr 2024 um fast 20 Prozent zurückgegangen. Chainalysis berichtet, dass die legalen Aktivitäten schneller zunehmen als die illegalen Aktivitäten im Kryptosektor. Trotz des Rückgangs gab es einen Rekordzuwachs von Ransomware-Angriffen, deren Schaden auf rund 460 Millionen US-Dollar gestiegen ist. Chainalysis erwartet, dass 2024 das bisher umsatzstärkste Jahr für Ransomware-Zahlungen sein wird. Das Gesamtausmaß gestohlener Gelder stieg von unter einer Milliarde auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Der Anstieg ist teilweise auf den Preisanstieg von Bitcoin zurückzuführen, der 40 Prozent des Transaktionsvolumens ausmacht. Insgesamt zeigt das Jahr jedoch positive Entwicklungen im Krypto-Ökosystem, so Chainalysis. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere News zu Kryptowährungen. Abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.